Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mit Denken.